Hallo Freunde des Gehirns, ich habe eine tolle Meldung und zwar Wissenschaftler haben einen unglaublichen Stoff gefunden. Er ist nicht nur antioxidativ fürs Gehirn, sondern auch bildet auch als Grundbaustand Steroidhormone, also auch das Testosteron. Und zwar ist es das Cholesterin, das zum Beispiel ein Eierende ist und in vielen anderen Dingen. Ein wertvoller Baustoff fürs Gehirn und für die Steroidhormone. Also, guten Appetit! Untertitelung des ZDF, 2020